Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich sage einen Satz, dann musst du den wiederholen, dann kannst du einen Satz sagen und ich muss den wiederholen, okay? Okay. Also, ich sitze hier, wiederhole. Ich sitze hier. Und überleg mir gerade. Und überleg mir gerade. Was ich hier eigentlich mache. Was ich hier eigentlich mache. Jetzt du. Ich sitze hier. Ich sitze hier. Und überleg mir. Und überleg mir. Was du hier eigentlich machst. Was du hier eigentlich machst. Ich sitze hier immer noch. Ich sitze hier immer noch. Und warte eigentlich nur darauf. Und warte eigentlich nur darauf. Dass du mich jetzt hier. Dass du mich jetzt hier. Anfasst. Anfasst. Ich sitze immer noch hier. Guck mir in die Augen. Guck mir in die Augen. Und sag mir jetzt. Und sag mir jetzt. Dass du richtig Bock hast, es mit mir zu treiben. Dass du richtig Bock hast, es mit mir zu treiben. Fick mich. Fick mich. Fick mich. Ich finde. Ich finde. Wir haben jetzt wirklich genug geredet. Wir haben jetzt wirklich genug geredet? Und sollten jetzt einfach gehen. Und sollten jetzt einfach gehen. Wackend schreiten. Ich bin jetzt mitmachstunda. Wackend.